guten morgen wie ihr seht hat es gestern abend geschneit dachte ich mich muss doch gleich mal raus weil der schnee heute schon wieder weg taunen soll und ich habe mich jetzt oben auf dem berg mit dem felix verabredet und dann sehen wir mal was geht bis gleich ich war noch nie im schnee erste kurve und das steuert und 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 let's go das ist geil Alter da oben das ist so geil das ist so geil das ist so geil wow da war fast Alter wow hier war doch ein sprung irgendwo hier und der das ist geil zu spät zum warten oh ist das tiefschnee hier wow ich bin gespannt was das wird ey das ist jetzt schon wieder blöd dass ich weiß dass da unten ein sprung kommt vorhin wusste ich nicht da fährst es halt ne wuhu 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 geil nochmal ich habe deine linie ich habe deine ist das die ganze linie ja meine schau du siehst ja auch den absprung ja unten was dieses dunkle zwischen den grashalmen die dahinter irgendwo stehen have a good ride wuhu 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 da war ein Stein oder so wuhu wuhu alles vereist oh stimmt es schaltet nicht so gut wuhu haha guck, hörst du es? ja, das will nicht wirklich nein, den hauen wenn man überhaupt bis hin kommt es ging weiter als ich dachte du kannst sogar stehen bleiben haha ungedingt mal jetzt mit dem Dreh weg, man das ist bei mir echt gut gekrackt so scheiße anzudenken weil es linkslastig so viel Schnee hängt uiui uiuiui ok let's do this das machen wir nochmal geil ich will nochmal nochmal? ja geil da ist der Wunsch meine Bremsen sind so schlimm haha ich auch krank krank alter hat's kurz abritten der Boller ja geht eigentlich alles geil geil let's do this shit geil geschafft da liegt schon jemand hab ich das Gefühl da liegt schon jemand der Bremsen der Bremsen der Bremsen nein, 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 nein nicht aufs Fahrrad du darfst nicht bremsen du darfst einfach nicht bremsen hier ohne Bremsen wird verächt hart jetzt das wird hartig auf jeden Fall aber Fahrrad wenn man schon nicht mal stehen kann, wie soll man dann fahren du darfst nicht bremsen ja Augen zu und durch scheiße okay ich brotche Alter, wie hast du den gesaved Bremsen ist nicht bremsen ist nicht Alter, geil geil mega Bock gemacht ey auf jeden Fall Servus go wow guck go go guck 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 Oh mein Gott!